Und schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt bei dieser Bonus-Code-Auslosung und es ist mir wie immer eine äußerst große Ehre, euch einen Gewinner rauszusuchen und ich finde es echt Wahnsinn, was dem Monat an Abonnenten passiert ist, also irgendwie gefühlt werden es immer mehr und ich bin echt ein bisschen baff, deswegen an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank dafür, aber genug der Worte, wir wählen jetzt aus und schauen, wer denn dieses Mal der Glückliche sein darf. Ihr kennt es schon, ich werde random so ein bisschen hier durch die Gen scrollen und irgendwo bleibt dann meine Maus bzw. mein Finger stehen, so. Der Borsig ist es geworden in dem Fall, dann nehmen wir praktisch hier, brauchen wir die ID, zack, müsste nicht, ah genau, diese sein, hoffe ich doch, zack, suado, ein Winner, let's see, who's the winner? Wait a moment please, einen kleinen Moment bitte. Und wie immer wisst ihr, wer abonniert hat, macht also automatisch mit. Bürokrat hat geschrieben, er labert mehr als er überhaupt spielt. Jetzt gehen wir doch ganz kurz noch rein und schauen, ob der Bürokrat auch ein Abonnent ist. Bürokrat, da haben wir ihn doch. Kanäle. Und jetzt hoffe ich für ihn, dass ich irgendwo auftauche. Da bin ich. Ja cool, Bürokrat, dann dieses Mal geht der Bonus-Code an dich. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und Glückwunsch natürlich. Und ich wünsche und drücke allen anderen weiterhin auch die Daumen, dass ihr es irgendwann mal schafft, dass ihr einen Code gewinnt, weil, wie gesagt, freut mich sehr, dass ich ein bisschen was zurückgeben kann. Dementsprechend bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch alles Gute weiterhin und viel Spaß bei World of Tanks, euer Al Karamba.